Er war der Erste. 1936. Geschaffen von Lee Fork, der erste kostümierte Superheld der Welt. Lange war er in Deutschland verschollen. Aber nun ist er wieder da. Der wandelnde Geist ist wieder zurück. Phantom. Zauberstern Comics präsentiert die neuen Abenteuer vom Phantom. In deutscher Erstveröffentlichung. 100 Seiten Magazinformat. Das Phantom Magazin. Ab Juni 2022 im Zeitschriftenhandel erhältlich. Nur von Zauberstern Comics. Untertitelung des ZDF für funk, 2017